2. Amina Bielefeld, Alemannia Aachen, traditionsduell, Westschlager, Klassiker. Heute waren wir doch zu Gast gewesen und die erste Halbzeit war vermuckst. Erst hat unser Keeper Elias Wörtner ein Foupa sich geleistet mit dem 1 zu 0. Dann musste unser Kapitän Mika Henraths verletzt vom Platz und zum allen Unglück dann hat er noch Anton Heinz einen Handelfmeter verschossen. So ging es mit Rückstand in die Kabine, aber die zweite Halbzeit sollte dann nicht uns gehören. Aber zumindest waren wir dann auf einmal besser drauf gewesen und haben dann auch letztendlich das 1 zu 1 noch geschafft und auch gehalten. Kollege Alex war in Bielefeld gewesen, er hat ein paar Bilder und Videos mitgebracht und meine Meinung seht ihr dann nach dem Intro. Also bleibt dran. Am Ende sind wir alle glücklich, dass wir einen Punkt auf der Bielefelder Alm geholt haben. Wer das vorher gesagt hätte, hätte man gesagt sehr gerne. Wenn man natürlich das sieht, die erste Halbzeit, die natürlich total vermuckst war, muss man natürlich sagen, am Ende können wir froh sein, das 1 zu 1 dort geholt zu haben. Und als Aufsteiger, denke ich mal, ist das auch ganz gut so. Die endliche Woche haben wir somit mit 7 Punkten beendet. Davon haben wir zweimal auswärts, bei Rostock und bei Bielefeld. Zu Hause ging unter Haching. Da denke ich mal, da stehen die 7 Punkte uns ganz gut zu Gesicht. Aber mal ganz von vorne. Rund 3.000 Öcher sind nach Bielefeld gefahren. Marcel Morberts, unser Aufsichtsratschef, hatte ja vorher gesagt, dass es 4.000 wären. Und auf der Autobahn sah es auch so aus, denn auf der A1, auf der A2 sah man viele AC-Kennzeichen und natürlich auch viele schwarz-gelbe Schals raushängen. Aber auch ein Zug ist gefahren nach Bielefeld und in diesem Zug saß der Kartoffelkäfer Alex mit drin. Also nicht das Waskotchen, sondern mein Alex, der hier zum Team mitgehört. Er hat ein paar Bilder und Videos mitgebracht und vor allem war er in Bielefeld auf Stimpfang gewesen. Denn während ich leider nicht nach Bielefeld konnte, weil ich einen privaten Termin hatte hier in Aachen und das Ganze nur im Klömmchens-Club gucken konnte, war der Alexander in einer Bielefelder Fankneipe und hat dann ein paar Stimmen aufgeschnappt. Ja, hallo Kartoffelkäfer-Freunde. Ich bin heute in Bielefeld für euch unterwegs und hier in der Fankneipe und habe hier zwei Arminen gefunden, die mit uns ein kleines Tickspiel machen wollen. Und ja, mein Tipp ist, 2-1 für Aachen. Wir holen unsere Serie. Die 9 Punkte. Was sagt ihr heute? Oder holt ihr die 9? Macht ihr die perfekte Woche? Also wir werden die perfekte Woche machen. Ich schätze, es wird ein harter Kampf. Wir sind ja zwar Verein auf Augenhöhe, wir sind mit selbe Fettkultur, aber wir werden 2-1 gewinnen wollen. Wir werden am Ende des Spieltags mit der Bälleführer sein. Definitiv. Also ich würde gerne noch ein bisschen nach oben rücken, also deswegen bleibe ich bei meinem 2-1. Hauptsache ein gutes Spiel. Ich sage danke, danke und hauptsache ein gutes Spiel. Okay, gerne. Prost Männer. Ja, Prost. Wir sind immer noch in der Fankneipe der Armenier hier. Weil es so schön ist hier natürlich. Das ist schön. Das ist wirklich schön, muss man sagen. Und da haben wir ein paar lieb gewordene Fans getroffen. Und wir wollen auch hier mal fragen, wie geht das Spiel heute aus? Da ich immer chronischer Realistin und nicht Pessimist sage ich 1-1. Und da ein Tipp? 3-1. Für Aachen? 3-1. Ah, dann hätten Sie doch 1-2 gesagt. Ja, ja, ja. Alles klar, vielen Dank und ein schönes Spiel euch. Ja, danke schön. Ciao. Ich liebe ja sowas. Aber die Aufstellung, kommen wir mal dazu, die war natürlich dann fast identisch wie aus dem letzten Heimspiel gegen Unterhaching. Außer natürlich unser LVU-Zi, der war natürlich gelb gesperrt, der konnte nicht mitspielen, sodass der gesperrte LVU-Zi raus war und der entsperrte Triple B, Bentley Baxter Bahn, wieder in die Mannschaft zurückkehrte. Mit dem Anpfiff legten die Arminen los, wie es sich als Sabellenzweiter gehört, wenn man Ambitionen hat, natürlich Platz 1 zu erreichen. Und es ging natürlich erstmal Richtung Alemannia-Tor mit viel Druck und mit viel Schwung. Und da hatten sie auch schon in der ersten Minute durch einen Weitschuss eine riesen Chance gehabt, der nur knapp über die Querlatte ging, der Ball. Aber schon in der dritten Minute kam dann diese angesprochene Szene, als dann unser erster Angriff nach vorne ins Leere lief und Bielefelds Keeper Kersken den Ball nach vorne drosch. Daraus quasi der Gegenzug eingeleitet wurde und Jan Ucker Rumpf hat dann den Ball unter ein bisschen Bedrängung dann zurück zu Elias Börtner gespielt. Wo man gedacht hatte, ja okay, die Situation ist jetzt damit bereinigt, aber irgendwie hat der Elias die Füße falsch herum geankert. Jedenfalls ging der Ball dann ins Tor rein zum 1 zu 0. Was für ein Fauxpas, aber das passiert halt, das passiert auch den Besten. Und jetzt hat sich natürlich Elias Börtner dafür qualifiziert, dass er auch bei Cyclops Wunderbare Welt des Fußballs mit dabei ist. Heiner Backhaus formulierte es dann auf der Pressekonferenz so. Ja, haben dann durch ein Tor, wo die Sonne sehr tief stand, ja sag ich mal 1 zu 0 bekommen. Ich glaube, den hat er nicht gesehen, den Ball, will es ihm zugute halten. Unser Alamania wühte sich und hatte dann tatsächlich eine Chance gehabt, als Sascha Struitsch am langen Forsten Gelegenheit hatte. Aber der Ball ging dann nicht ins Tor, sondern unter Bedrängnis ging er dann halt zum Eckball. Danach die Arminia wieder direkt im Vorwärtsgang und da haben wir großes Glück gehabt, denn da hat wieder Bielefeld gezeigt, wie man so Angriffsmuster durchführt. Und da ging es ganz schnell und ein Kopfball im Strafraum ging dann an den linken Forsten. Da haben wir sehr viel Glück gehabt, dass es da weiter 1 zu 0 gestanden hat, denn wenn er drin gewesen wäre, hätte ich schon 2 zu 0 gestanden. Und ich glaube, dann wäre er sehr, sehr schwer geworden für uns. Danach aber zeigt Alamania, dass man auch Standards gut rausholen kann, denn in der Serie gab es rund 4 Stück hintereinander Ecken für uns. Die aber allemal leider dann geklärt wurden, unpräzise waren oder geblockt wurden, Schüsse. Alamania kam dann doch ein bisschen besser ins Spiel und die Arminia hat dann ein bisschen so den Fuß vom Gas genommen. Obwohl sie natürlich in der Offensive optisch auch spielbestimmender geblieben sind. Während halt wir doch im Aufbauspiel, im Spiel nach vorne, im Umschaltspiel zu viele unpräzise Bälle nach vorne hatten. Das hat man dann leider gesehen. Zu einem Unglück musste dann auch Mika Hanraths nach einer halben Stunde dann das Feld verlassen. Er hatte sich verletzt vorher. Und für ihn kam dann Patrick Encoa. Was hatte Mika Hanraths? Er zeigte dann auf seinem rechten Fuß unten, war es die Ferse, war es der Fuß an sich. In der Pressekonferenz sagte dann Heiner Backhaus folgendes. Ich habe jetzt noch keine genaue Bestätigung, aber ich denke, es war eine Bänderverletzung, die aber in der Manier von Mika Hanraths wahrscheinlich nächste Woche wieder weg ist. Kurz nach der Umstellung, die man dann durchführen musste aufgrund der Verletzung, hatte dann Alamania einen guten Angriff durchgeführt. Über rechts ging dann Nils Winter. Er wollte im Strafraum reinflanken und im Strafraum wurde dann der Ball mit der Hand gestoppt, abgeblockt. Und der Schiedsrichter Hempel, der sehr gut gepfiffen hat, das muss man sagen, hat dann direkt auf Elfmeter entschieden. Das war natürlich die beste Chance für uns, zum Ausgleich zu kommen. Und Anton Heinz schnappte sich den Ball und da haben sich manche gewundert. Nanu, warum schießt er nicht Bentley Baxter Bahn? Weil der ist ja eigentlich der ausgeschriebene Elfmeterschütze, der halt eben schießen soll. Aber Alex Heinz hat sich dann den Ball genommen. Wahrscheinlich, weil er dachte, wenn ich den versenke, dann platzt auch bei mir endlich der Knoten. Er hat die linke Ecke anvisiert und der Ball war nicht so präzise geschossen. Und Bielefelds Kersken hatte natürlich das geahnt und hat den Ball dann hervorragend pariert. Der hat sich getroffen, noch 25 Meter und hier... Oh Mann, ey! Einer Backhaus war da not amused und hat das auch in der Pressekonferenz deutlich zum Ausdruck gebracht. Kriegen dann bei einer Flanke einen Elfmeter und schießen den nicht mit dem vorgesehenen Spieler. Und das hat mich auf die Palme gebracht. Das war für mich so über allem des Tages hier die absolute Frustration, dass wir das nicht machen, was da unten in der Kabine hängt. Und ich glaube, der Fußballgott wollte das einfach auch, dass er verschießt. Und dann haben wir es in der zweiten Halbzeit klipp und klar angesprochen und in der Halbzeit schon dann umgesetzt. Viel passierte dann nicht bei der ersten Halbzeit, die dann, wie gesagt, vermuckst gewesen ist. Und wir konnten froh sein, dass wir mit einem 1-0 dann in die Kabine gingen. Denn zur zweiten Halbzeit hatte Backhaus dann umgestellt. Und zwar kamen direkt drei neue Spieler. Florian Heister, Thilo Töpken und Felix Mayer kamen in die Partie. Und dann mussten natürlich Sascha Struitsch, Charleston Benshop und auch Nils Winter den Platz verlassen. Aber das Ganze hat sich natürlich dann direkt als positiv herausgestellt. Denn Alemannia war von Beginn an der zweiten Halbzeit direkt wach. Und hat dann Richtung das Willefelder Tor geackert. Und in der 54-Minute ist man dann mit dem schönsten Angriffszug belohnt worden, als Thilo Töpken und Lukas Schöpanik quasi Doppelpass spielten. Thilo Töpken dann linksaußen im Strafraum den Ball in die Mitte zurücklegte. Und Lukas Schöpanik dann den Ball ins lange App reinschubt zum 1-1. Das war natürlich für uns wunderbar. Unser Mann war jetzt präsenter gewesen, aber nicht, dass man jetzt sich da noch große Torchancen hätte arbeiten können. Man hatte einige Halbchancen gehabt. Die beste vielleicht, Felix Mayer, wo sein Schuss geblockt worden ist, der dann neben das Tor ging. Aber auch die Willefelder hatten nicht mehr so große Chancen gehabt. Auch sie mühten sich, aber sie kamen dann auch nicht mehr so wie in der ersten Halbzeit zum Zuge. Allerdings hatten sie natürlich noch zwei riesengroße Chancen gehabt. Und eine davon, da war auch wieder eine Flanke im Aachener Strafraum, wo dann Florian Heißer übersprungen worden ist. Und auf der Linie hat dann für den geschlagenen Börtner Lamaria Bruce den Ball geklärt auf der Linie. Und da konnten wir froh sein, dass es da nicht 2-1 gestanden hat. Kurz Zeit später hatte auch der Japaner von Bielefeld noch eine Chance gehabt, nachdem man wieder etwas unsortiert in der Abwehr gewesen ist, vorne den Ball verloren. In der Rückwärtsbewegung nicht so gut gewesen. Und ja, der kleine Japaner hatte dann die Chance gehabt, quasi freistehen in der Mitte, den Ball auf das Tor zu bringen. Aber sein Schuss ging dann zum Glück weit über das Tor hinaus. Am Ende blieb es dann bei dem 1-1, wo ich denke, können beide Mannschaften mit leben. Natürlich, wenn man zu Hause spielt, ist das immer blöd. Aber für uns alle Mann, denke ich mal, ist das 1-1 Gold wert. Und es ist auch unterm Strich dann irgendwo auch verdient. Wie Anfang ist erwähnt, hat der Alex ein paar Videos und Bilder mitgebracht, die ich euch jetzt noch im Anschluss zeigen werde. Und ich habe es mal so zusammengestellt. Schaut es euch einfach mal an. Aus der Spahnen, die Idioten, scheiß Aminia Bielefeld. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, hi. Wir haben es mittlerweile ins Stadion geschafft. Die Schuko-Arena ist auch schon ganz gut gefüllt. Wir sind mittlerweile hier bei uns in A2 auf dem Sitz-Stehnblock angekommen. Eigentlich auf Sitzplatz, aber es war ein Stehnblock. Und die ersten Alemannen wollen natürlich auch hier für Tipps abgeben. Wir haben hier den. Freddy, wie immer. Wenn Freddy immer... Dann weißt du genau, wie der ist. Ich glaube, ihr kennt ihn. Und er möchte dich heute nicht nehmen lassen, auch seinen Tipp hier abzugeben von Bielefeld gegen Alemannia. Ja, ich... Ja, ja. Also, ich gebe mir hier. Tippt ja 4-1. Aber ich habe gesagt, bis zu einem tut so viel. Ja. Also, wir hören 2-2 wäre auch geil. Ich habe auch einen knappen Sieg, aber Vorredschirm wäre schon geil. Ja, aber das ist halt schwierig. Weiß ich nicht. Also, noch mehr Punkte mehr. Klar nehme ich auch mit. Aber realistisch. Ja, wenn sie ein Tippen würde... Aber gerade in das Stadion, oder? Ja, naja, wir sind okay. Genau. Ja, gut. Aber... 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 Du hast dich ja nicht geschafft, ne? Wie ich ja auch... Jetzt hat's jetzt... Ein... Ein... Grüß bei uns. Grüß der Abend, ne? Grüß auch. Wir sehen uns wegen Anrufen. Ciao, ciao. Jojo. Abolland Saora ille Ale 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 Ruhum! 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 Zeit ist gut! Sie sagen das so! Oh mein Gott! Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja, ja.